Einen wunderschönen guten Samstag euch allen ja willkommen hier zur nächsten Parkaufnahme. Heute habe ich mal zwei Leute von der Community mir rausgepickt. Zum einen den Mavi, den Boogie. Hallo. Kennst du schon von Rocket League? Und einen ganz neuen, den Master Trätsche oder auch Ronan, so heißt er. Ja, genau. Ja, wir spielen heute ein bisschen im Park. Habe ich ja an. Wenn ihr selber mit mir spielen wollt, einfach in der Steam-Gruppe. Die habe ich euch unten in der Videostreuung verlinkt. Dann einfach raufklicken und dann könnt ihr da beitreten. Und könnt ihr mit mir gerne mal spielen. Dann werde ich da Spiele bzw. veröffentlichen, weil ich mal im Park gehe und heute mit mir spielen. Ja. Jo, wir sind ja auf dem englischen Server, weil der Deutel war uns ein bisschen zu voll. Ja, und beide sind noch Rookie 1. Ich glaube, du hast eine 84er-Bewertung, oder? Ja. Und Boogie, was hast du? 79? 79. Ja, ist in Ordnung. Also Boogie ist hier der Fettsack. Oh, ey. 85er-Bewertung. 93. Oh, okay, gut. 222 und 134 Kilowatt Boogie. Das ist ordentlich. Hast du eine Parkkarte? Nee. Hatte ich mal, was für eine Wettung hat deiner? Boogie? Einer. Okay. Einfach verteidigen. Wir müssen verteidigen. Hast du wieder dezent schneller als ich der Typ. Ja. Achtung, gut verteidigen. Guter Block. Good D. Auf nach vorne. Wie gesagt, die haben jetzt ein paar neue Updates rausgehauen. Hier, post, 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 post. BANG! Post Moves. Schöner Wurf. Ja, die haben jetzt ein bisschen was geändert. Und zwar gibt es jetzt drei Sekunden Regeln. Es gibt Moving Screens. Und man kommt jetzt für... Wenn man den Screen falsch stellt kriegt, war meiner. Bekommt man einen Foul. Ähm, die haben ja wissen was geändert. Die haben generell Update rausgeräumt. Für Parkk finde ich gut. Weil es gab immer so ein paar Leute, die... Passt zu Boogie. Okay, dein Internet. Bitte denn nicht, Alter. Oh, sehr gut. Der einfach gerade gar nicht gespielt, ey. Ja, dein Internet hat wieder verschwindet, oder? Ja, die haben viele neue Sachen reingemacht. Die haben neue Sachen reingebracht. Ah, jetzt kommen wir rein. Internet. Und wir haben keinen Internet. Ey, da ist sie. Ah, darf man nicht offen stehen lassen. Was ist los? Ja, dein... Ronins Internet ist so ein bisschen... ...nicht gut. Geht's wieder? Ja, ja, ein bisschen. Ja, ja. Oh, warte. Nein, nein. Alter, warum renne ich denn jetzt ins Auge? Oh, nee, gut. Mein Internet wieder. Oh, nee. Sorry. Sind bei dir mehrere im Internet drinnen, oder? Nee. Wahrscheinlich meine Schwester, aber... Ah, die muss man gut verteidigen. Aber ich dachte, ihr habt ja eh nur eine Spaßrunde ein bisschen. Bisschen... Ey, er spielt einfach nicht. Es ist einfach nicht möglich. Ey, was... Du musst da A drücken. Ja, mach ich ja. Aber das Internet, das lässt es nicht zu weiter. Zack. Fade away. Jump shot. Jetzt geht's. Ey, ich hab' einen Ball und es ist einfach... Oh, Bucky N1, gibt's nicht. Na, passt wieder einmal zu mir. Bucky, steh mir mal an Screen. Schöne Ding. Abrollen, 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 abrollen. Zone. Und jetzt danken. Bam! Hey, hier, Point Card zu Center. So muss das. So, mach mal das, Bucky. Schöne Sache. Du nimm... Gut verteidigt. Oh, schöner Dank. Ah, die sind athletisch. Ah, Bucky ist fett. Das ist wieder ruhig. Aber warum spielt... Ey, ich drück die ganze Zeit ein. Er macht einfach nicht. Ah, da verdankt sich. Wieso verdankt er sich zum Beinem... Ansatzweise offenen Dank. Leute, ich bin raus, ich guck grad zu. Also, ich spiel jetzt mit dem CPU. Okay, Bucky, dann... Wenn du A drückst, dann... Aber das ist besser für euch. Denk ich mal. Komm, Gronko... Gronkowski. Ja. Machst du... Ich glaub, du machst Gronko, oder? Nein, so heißt der Typ von... Also, ein Football-Spieler, das ist ein richtiges Tier, Alter. Also, ein richtiger Bucky. Hm? Alter, aber... Das ist... Gute Defense. Gut, die. Gut, die. Wie kann ich einen Rebound holen? Der heißt halt One, weißt du, und dann darf ich mir kommen. Nehm ich den neu. Ey, wie hast du das jetzt gelesen? Steht das da jetzt? Boah, dann oben. Aber der CPU ist besser als ich. Ha! Nein, der hat keine Legs. Guck mal, er kann wenigstens defenden. Guck mal. Ey, stark! Ah. Aha. Okay, gut. Also, wenn du A drückst, Bucky, dann kommt... Wird er direkt zu dir passen. Oh, nein. Aha. Soll ruhig mal uns auswerfen. Alle, dude. So. Bucky machen das gleiche wie vorhin. Weil, ja. So, du stellst mir ein Screen. Ah, nochmal. Dass der hängen bleibt. Nochmal, nochmal. Aber er muss hängen bleiben. Nein! Okay. Das war jetzt ein Moving Screen. Nicht schlimm. Aber wie gesagt, äh, ja. Wer jetzt hier auch kein Point hat. Alter. Ah, die sind gute Spieler. Hm. Ja, wenn der keine Defense spielt, dann mache ich da einfache Punkte draus. Ja, wenn er hier ein, zwei Spiele machen... Okay, den Spieler hat er auch nicht verteidigt. Welcher? Schöner Pass. Schöner Pass, Bucky. Sehr schön. Ja, den, 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 den CPU-Spieler hat er gerade nicht verteidigt. Ja. Gut, die... Oh, wie geht der rein? Ich glaube, der kann recht gut Dreier werfen. Weil ich hab den irgendwie auf Dreier, äh, 80. Deswegen. Muss mal probieren. Okay. Na, schade. Bendy funktioniert. Tweety, my friend. Ah, Moving Screen. Ja, so ist das halt nun mal. Das haben sie wirklich gut rausgenommen. Es gab, es gab immer so eine Spieler. Die haben sich wirklich nur in die Zone gestellt, haben nur Screens gestellt. Und das, wenn die dafür nicht mal bestraft. Amborezone. Äliup. Oh. Bei mir ist richtig, die, der Delay. Gut, die. Oh, der geblockt. Schade, schade, schade. Ah, noch schlechter Wurf, schlechter Wurf, schlechter Wurf. Ah, ich denke mal, wir haben eh das Ding verloren. Ich hab das jetzt erst gesehen, also das flug ich. Ah, das war's. Das war's nicht. Ah, schade, schade, schade. Ja, ähm, im Park, wenn man jetzt verliert oder gewinnt, da wird die Kamera auf sich gerichtet. Haben sie auch gerne, die haben eine Menge wirklich geändert, was das Parkspielen ein bisschen freundlicher macht. Wir kuscheln da. Ja, okay. Ähm. Ich. Verlieren kann man mal, ist nicht schlimm. Ah, du musstest jetzt eh gleich wieder mitspielen können. Ja. Musst mal warten. Aber bei mir war richtig, der Delay. Okay, jetzt kann ich wieder laufen. Was denn, was ist denn ein Delay? Ja, eine Verzögerung. Hattest du nicht im Englischunterricht? Echt? Ja, aber vom, vom, vom Zocken her hab ich Delay nie benutzt. Ich kann nach unten gehen. Nach unten links. Ja. Oder in dem Fall unten rechts. Ahne, der später spielt wieder der mit den roten Haaren. Ahne, die kann man versuchen zu schlagen. Können wir da einfach ein Squad reingehen? Nee. Ey, hoffentlich geht mir nicht. Oder ich bin nicht. Ich hab auch vier gegen vier. Können wir hier vier gegen vier machen? Ja, ja. Wester ruft mich. Jimmer. Okay. Okay. Lass mal einfach hier reingehen. Boree, einfach mal reingehen, vielleicht komm mal welche rein. Warte. Hey, you're my man, I got next. Ah, noch, warte. Jetzt können wir hier in Squad reingehen. Wir können in Squad reingehen. Hier, bei den Typen. Komm schnell. Äh, jetzt. Hier, Ronin. Einfach hier rein. Weiter rein, drei. Schnell rein. Jawoll. Sehr gut. Können wir das nächste Spiel machen. Ich bin in der Mitte. Ey, hoffentlich leckt das nicht. Komm, bitte. Ich hätte damals auch ein schlechtes Internet gehabt. Darin, dass bei 2K15 konnte ich auch keinen Park spielen. Ich konnte schon spielen, aber ich hatte mal einen Standbit gehabt. Ich habe immer so, weißt du, nichts mehr. Oh, nein. Ich kenne den ganz linken. Aber der sieht schon so aus, Alter. Äh, wer den ganz linken, Buridou? Ja, natürlich ich. Na, 99? Na, 99? Okay, gut. Es gab mal eine große. Der hat auch das Kevin Gannett-Face gehabt, aber hat eine 99 gehabt und war ein Cheater. Oh, ich bin ganz links, okay. Na, du bist ja bei mir. Ich bin nicht spät, in dem Fall Small Forward. Äh, ich bin auf der 2, 4, 3. Und Buridou hat die 5. Ich bin wobei, Dings war. Ja, Pro M. Da ist man in der richtigen Position. Verteidigen, Buridou. Ne, gut, die war das. Buridou, Rebound nach vorne. Eljub. Schön gemacht. Schönes Fastbreak. Ich hätte jetzt gedacht. Buridou, versuch du einfach immer, wenn wir nach vorne gehen, direkt nach hinten, nicht so weit nach vorne zu gehen, damit wir vielleicht hinten... Ja, jetzt Y drücken ein bisschen. Ah, okay, passiert. Ne, jetzt nur ein paar Tipps vom Parker, weil Parker ist immer so seine eigene Liga. Kann man sagen. Ja. Hier, komm, ich hab ein Missmatch. Hä? Ich brauch keine... Waren das 3 Sekunden? Ne, es war eine. Ja, okay, ich war drin, aber... Ne. Nein. Ach, ach, so... Hm, verdammt. Ja, ich hab den Rebound-Gang. Ja, und ich hab den da einfach offen stehen lassen. Ja, ich muss da mal... Wenn ich da hingegangen wäre, bin ich gut verteidigend. Was war er hier? Komm, das sind doch 3 Sekunden, die jetzt da drinne steht. Was ist das denn? Nein. Das waren 3 Sekunden, die er drinnen gestanden hat. Einfach... 3 Sekunden Defense. Also, wird das nicht gepfiffen? Wie? Was war das denn? Alter. Ja. Na, der, 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 der ist eh das Beste. Ja, oder? Also, in... Neu-Fahne. Ja. Arsch. Schlecht verteidigt. Aber... Dann will ich nicht geben über den Ball, wenn's bei dir leckt. Warte, wie da bist du... Ah, wie seid ihr? Ja. Schön gemacht. Macht halt, macht halt Bury die Assists. Gutti. Gutti, gutti, gutti. Sie sehen alle gleich aus, weißt du? Lieg ich hier, ja? Okay, jetzt schnell zu mir passen, dann mach ich Spuri direkt in die Zone. Nein, ihr verlegt so ein paar Dinge. Nein. Alter, ist nicht schon da. Habt ihr gesehen? Ne. Ordentlich lieben, ich bin nicht nach hinten gerannt. Oh. Ja, nur am X-Bim, der Typ. Weißt du, wie blockt der mich? Das ist doch so unlogisch. Na, ich block ihn jetzt nicht, ja? Ich habe viel bessere Blockwerte, könnte ich mir vorstellen. Also, ein 2K-6chen, der wird, kann ich ihn blocken. Ja. Vorne. Aha. Ist das ein Problem? Ja, also, mein Gegner, der drückt einfach nur X, der könnte zum Beispiel hingehen, X drücken und der hat direkt den Ball. Er nimmt dann nur noch so eine Dreckswürfe. Was ist das denn? Das war ein schlechter Wurf, aber hat Glück, ob das da rein ging. Oh, ich brauche doch noch so ein Blocky. Oh, ich brauche doch mal wieder zu sehen. Schöner Block. Ja, nicht wieder, danke schön. Okay, aber warum steht der denn aus da hinten? Borgi guckt nur auf den Arsch. Was ist denn jetzt? Steht bei, er ist auch gerade im Standbett. Ja, also im Standbett. Also, der Typ steht bei mir im Ausfinden, ja. Ja, bei mir geht's noch nicht los. Ah, jetzt geht's weiter. Borgi direkt zu hirn hin. Gotti. Gotti. Was hast du denn kein Alli-Upschmeißen? What? A gedrückt. Okay. Hast du zweimal Y gedrückt? Das sah aus nach Alli-Upschmeißen aus. Zack. Oh, guter Pass. Oh, ich hatte schon. Das ist im Haus. Ja, unser Ball. Willst du wirklich zum E-Bappen? Ups. Ja, schön. Borgi verteidigt. Warte, wie viel sitzt das? Drei? Borgi, wie viel sitzt das? Borgi. Borgi. Also, Park geht wirklich gar nicht, halt. Ja, das leckt. Also, my career ist ja offline alles gut erträglich. Boah, schöner Block. Der Typ, er nimmt einfach Würfel, die er bekommen. Das... Also, wie der. Weil sowas kann nicht drinnen sein. Guter Rebound. Nee, lieber nicht. Schöner Wurf. Schöner Brett vorhin. Das war fast A plus. A und B plus. Ja, ich denke mal bei deinen... Ja, ich hab da... Ich glaub, den ganzen Balken ist bei der Blau. Aber jetzt hab ich... Schön, Borgi. Gut gemacht. Nein, nach ich... Nein, nicht schon wieder. Na, warte, wir sind nicht zu ihm spielen. Okay. Woher kommt? Screenstellen, Screen. Warte, warte, der ist beim X. Ohne Zone. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin wieder da. Jawohl, bis zum Glück gehabt beim Wurf, okay. Gut. 1216, wir kommen ran. Ey, ey, das sieht richtig geil aus, wenn ihr das schnell macht, Alter. Also, wenn das so... Jawohl! Oh. Jawohl! Borgi, und vorhin das Ding! Stopp, das Ding! 1416. 816 hinten gewesen. Jawohl! Oh, was? Jawohl! Nein! Ach, schade. Oh, ich hab 10 Punkte. Oh, Borgi, blätter an deinen Mann. Nein. Nein. Nee. Wie trifft der den, Alter? Wie der Good Shot Defense? Der hat noch gerade 99, Alter. Nein, der hat keine 99. Oh. Oh, der postet ihn einfach. Juck dir nicht. Nein, der ist drin. Ja, gut, 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 gut. Vorne, vorne. Ruhig, 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 ruhig. Machst du! Rollo. Rollo. Nein, scheiße. Ah, verdammt. Bei Merchel. Ja, ich bin ein bisschen... Lech... Nein, es liegt schon, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Pass, 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 pass. Bist du? Nein, 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 nein. Borgi. Oh, der Ding drin. Ja! ich habe strategisch 18 19 sehr gut an der verteidigen verteidigen was wie trifft er den auch noch als wir so ein bisschen glück gehabt so gut zurückgekämpft schade haben die ein glück gehabt ich denke mal das soll zu die park vorher gewesen sein die erste runde in der community wenn ihr auch mal bock habt mitzumachen ich bin auf dem pc wirst ich glaube schon dann einfach in der gruppe reinschauen und dann müsst ihr auch mal anschreiben wenn ihr bock habt dann können wir mal in der runde organisieren ich hoffe euch hat es beide auch spaß ich bin jetzt auch spaß gemacht mal ne also buch der stoppt ja jeder ding ich war hier drüber na gut wir verabschieden uns und sehen uns denn nächste woche wieder zur nächsten park folge bis dann und haut darin tschüss